Herzlich willkommen zurück zu den Söldner-Geschichten Nummer 22. Wer hier gerade zum ersten Mal reingerutscht ist, die erste Folge, der Link ist hier oben. Für alle anderen, ihr wisst ja, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, die Vorbereitungen für die Mission liefen, ich sag mal, suboptimal. Und genau da geht es jetzt weiter. Wir fahren jetzt also demnächst los. Dranbleiben! Wir haben ja das letzte Mal schon drüber geredet, was die Mission war. Ich will es nur nochmal rekapitulieren, damit ihr für die Geschichte nachher tatsächlich wisst, was da jetzt los war. Also, wir sollten von Bagdad nach Erbil gehen. Und da seht ihr die Route. Bagdad ist hier unten, Erbil ist hier oben. Das Ding sagt, ja, 360, 370 Kilometer ungefähr und gute 5 Stunden Fahrt. Jetzt muss man folgendes bedenken. Also, die linke Route geht jetzt auch, ja, das war damals für uns keine Option aus, keine Ahnung, welchem Grund jetzt genau. Entweder war die Route zu unsicher oder sie war gar nicht befahrbar oder, 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 ja. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind wir diese andere Route gefahren. Gute 5 Stunden, aber jetzt muss man folgendes bedenken. Man muss erstmal durch Bagdad durch, ja. Und das dauert an sich schon mal eine halbe Stunde. Bist also natürlich schon locker bei 5,5, sagen wir mal fast 6 Stunden Fahrt. Dann hast du auch noch Checkpoints. Ja, das können völlig legale Checkpoints sein, aber da musst du halt auch langsam werden, anhalten, ja. Wenn da Verkehr ist, dann halten vor dir ein paar Fahrzeuge an und so weiter und so fort. Da kann immer mal was sein. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, die Straßen damals waren möglicherweise nicht ganz so gut, wie sie jetzt sind. Weil da eben auch mal irgendwie Speedbumps eingebaut waren oder weil die nicht, weil die einfach vielleicht mal einen Krater hatten. Also konntest du da jetzt nicht mit 120 da durchbrettern, ja. Das haben zwar manche mal versucht, manche haben es auch geschafft, aber ich sag mal, es war nicht so empfehlenswert, weil du halt da doch ab und zu mal eine unausgeschilderte Baustelle hattest auf einmal, wo halt auf einmal ein Stück Straße gefehlt hat. Und wenn du da nicht mehr bremsen konntest, hast du ein Problem gehabt. Da hast du ja halt schnell irgendwie einen Reifen zerlegt oder die Hydraulik zerschossen und dein Öl ist dann ausgelaufen und danach warst du tiefer gelegt und so. Also man musste da schon ein bisschen vorsichtig fahren. Das heißt, du konntest bestimmt damit rechnen, dass du mindestens sechs, also mindestens sechs, zwischen sechs und acht Stunden, hätte ich mal gesagt, brauchst du für die Strecke. Solltest du zumindest einkalkulieren, ja. Allein von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und so Geschichten, weil du willst ja nicht nachts fahren. Weder losfahren noch ankommen. So, dann seht ihr da unten das weiteren Bakuba. Bakuba ist jetzt relativ eng. Bakuba, wo ich gesagt habe, das seht ihr da unten, jetzt seht ihr es da unten, ist relativ nah an Bagdad dran. Bagdad ist noch hier unten, das sind zehn Kilometer, 20, 30, naja, sagen wir mal maximal 50 Kilometer, ja. Und es ist auch nicht, also es ist auch maximal zehn Kilometer von der Route 2 weg, die dann oben zur Route 3 wird. Und Bakuba ist im Prinzip ein, so ein Insurgent Hotspot, damals gewesen, ja. Mal ganz kurz, ich habe es vorhin mal drüber nachgedacht, was denn der Unterschied zwischen Insurgents und Militias ist. Also Militias sind ja im Prinzip bewaffnete Gruppen, ja. Und der Begriff ist so ein bisschen geprägt gewesen damals von der Madi-Militia, ja. Und die Madi-Militia war Shia. Das war Al-Sadr's Privatarmee, sag ich mal, also seine Miliz, ja, die Madi-Miliz. Und er hatte einen ganzen Stadtteil, Sadr City war komplett dicht, da bist du normalerweise auch nicht reingefahren, weil er da halt eigentlich alles kontrolliert hat. Und die waren halt rein Shia, ja. So, und die Insurgents, ja, also die Aufständischen, das waren eigentlich, klar, man kann sagen, alle, die gegen die Coalition irgendwie gekämpft haben, waren ja im Prinzip Aufständische. Aber normalerweise, für mein Empfinden, ist der Begriff Insurgent mehr für die, sag ich mal, ehemaligen Saddam-Unterstützer genommen worden, ja. Ja, weil Saddam war ja Sunni, das heißt, in seiner ganzen Regierung, im Militär, in der Polizei, alle hohen Ränge waren Sunni. Und die sind ja komplett aufgelöst worden von den Amerikanern. Das heißt, mit einem Schlag sind alle Polizisten und alle Soldaten arbeitslos gewesen. Also alle Leute, die irgendwie schießen oder kämpfen, mal gelernt haben, mehr oder weniger, ja. Und, ähm, gerade Soldaten gab's natürlich etliche, die tatsächlich auch halt im Krieg waren, Iran-Irak-Krieg und so, da gab's schon einen Haufen Veteranen auch, da gibt's auch schon Leute, die was können. Und die haben dann natürlich gesagt, ja gut, sie unterstützen natürlich den gestürzten ehemaligen Diktator und sie sind gegen die Amerikaner, also gehen sie in den Widerstand und das sind eben die Insurgents gewesen. Also die Insurgents waren eigentlich Sunni oder schwerpunktmäßig Sunni. Und die Militias waren eher Shia. Jetzt ist aber so, dass jede Nachbarschaft teilweise ihre eigene Miliz gebildet hat, ja. Oder so Neighborhood Watch, ja, also so Wachgruppen, äh, Nachbarschaftsschutzgruppen. Hab ich ja auch schon mal gesagt, weil halt einfach diese, ähm, diese Zwischen-, diese Inter-, also kannst ja fast sagen Intra-Religiös, ja, weil sind beides Moslems, ähm, aber eins sind Shia, eins Sunni, also weiß ich jetzt nicht, ist das jetzt Inter-Religiös oder Intra-Religiös, je nachdem. Also im Prinzip diese ganzen Sektarian Violence, ja, also religiös motivierte Gewalttaten und Übergriffe, wo halt Shia gegen Sunni gekämpft haben, im Irak, also so eine Art religiöser Bürgerkrieg war, ja. Und je nachdem, welche Nachbarschaft eben wie schwerpunktmäßig war, haben die einen auch mal bei den anderen irgendwie was geklaut oder jemanden umgebracht oder was auch immer, ja. Dann gab es natürlich noch die ganzen kriminellen Elemente, die haben dann eben unabhängig von irgendwelchen Religionen, irgendwelche Leute überfallen, entführt, umgebracht und so weiter, weil es eben keinen richtigen Polizei, keine Polizei, ja, keine effektive Polizei gab. Ja, es gab Polizisten, die sind aber gerade ja wieder erst ausgebildet worden, weil du hast ja allen gekündigt, die was konnten. Und dementsprechend war das Justizsystem natürlich auch völlig überlastet und im Prinzip konntest du halt da krimineller sein, das hat sich noch gelohnt und du bist eigentlich nicht erwischt worden oder selten, ja. Und deswegen haben die angefangen, sich ihre Nachbarschaften selber zu schützen und haben dann ihre kleinen eigenen Milizen gebildet, weil eine Miliz ist ja nur eine bewaffnete Bürgerschaft. Da steht ja nicht fest, welche Religion die sein muss, ja. Also du kannst jetzt nicht sagen, dass Milizen immer Shia sind, weil es gibt auch Sunni-Milizen, ja. Und man kann auch für beide sagen, dass es Insurgents sind, sobald die eben gegen die Koalition-Kräfte gekämpft haben. Aber der Punkt ist, wenn du irgendwie hörst, Insurgents, kannst du eigentlich, wenn du raten musst, welche Religion die haben, würde ich halt mal auf Sunni tippen, da gewinnst du eher. Und wenn irgendwas heißt, ja, irgendeine Miliz hat irgendwas gemacht, dann würde ich sagen, okay, das ist jetzt eher wahrscheinlich Shia, wenn ich raten müsste, ja. Weil man sagt auch bei den ganzen, die vom Iran Unterstützung und Training bekommen haben, die hat man eigentlich auch so iranisch trainierte Milizen genannt. Ja, und das war halt auch ganz groß. Also die Shia sind eher vom Iran trainiert worden und unterstützt worden, auch eben gerade mit so IFPs und Waffen und so einem Scheiß. Und die Sunnis sind von niemandem außerhalb unterstützt worden, oder damals nicht, weil die eigentlich keine Unterstützung brauchten. Die wussten, was sie tun, ja. Die hatten auch Zugang, die wussten, wo die ganzen Sprengmittel lagern, wo die ganzen Munitionslager sind und so, waren Ex-Militär. Ja, die wussten, wo sie sich das Zeug holen können, ja. Die Shia hatten da eher weniger die Connection. Die haben es halt über den Iran bezogen. So, kleiner Exkurs zu dieser ganzen Geschichte. So, wir fahren also an Bakuba vorbei, ja. Nur mal im Hinterkopf behalten. Und jetzt wisst ihr ja auch ungefähr, wo es ist, ja. Also es ist nicht so weit. Es ist eigentlich vielleicht eine Stunde raus aus Bagdad, ja. Maximal eine Stunde. Ah, eine Stunde vielleicht. So, dann war das Ganze ja so. Wir sollten mit drei Fahrzeugen fahren. Also unsere Mission war, mit drei Fahrzeugen von Bagdad nach Erbil zu fahren. Wir hatten drei Fahrzeuge, drei Mercedes, alle gepanzert. Wir hatten kein Scout-Car. Der erste Mercedes war im Prinzip das Scout-Car. So. 50% des Sinnes des Scout-Cars ist aber, dass es ein ziviles Fahrzeug ist, mit Locals drin, die auch sonst nichts zu tun haben, als zivil da rumzufahren und zu gucken. Denn die werden auch nicht angehalten oder irgendwie hochgenommen oder durchsucht oder sonst irgendwas. Die fahren ja nur rum. Die haben eigentlich auch keine Waffen dabei. Also normalerweise haben die keine Waffen dabei bei uns. Außer halt hier, Olle Saddam hat ja seine Pistole immer dabei gehabt, ja. Aber ansonsten, die hatten keine AK-47er neben sich oder so. Das wäre viel zu gefährlich auch gewesen. Weil dann hält man die halt auch für Terroristen und knallt sich über den Haufen, ne. Wenn da auch die Amerikaner, du fährst ja dauernd durch amerikanische Straßensperren auch oder sonst irgendwas oder halt Checkpoints. Wenn die sehen, hier guck mal, so ein Typ wie Saddam Lederjacke, äh, schon eine Fresse gehabt wie der Geheimdienstler, ja. Und dann auch noch hier eine versteckte AK-47 neben seinem Sitz, ja. Dass der gleich auf dem Boden liegt, wenn er Glück hat, ohne Kugel im Kopf, ja. Aber halt erstmal hochgenommen wird. Und dann musst du wieder hin, ihn rausholen und sagen, nee, nee, der gehört zu uns und so. Und dann ist ja schon das Ganze, das Ganze unauffällig ist ja dann schon aus dem Fenster raus. Also im Prinzip, das Scout-Car macht ja nur richtig Sinn, wenn es auch als Scout-Car rumfahren kann, nämlich unauffällig ist. Ein gepanzerter Mercedes ist aber nicht unauffällig, ja. So, selbst wenn zwei Locals vorne drin sitzen, weil die haben auch Waffen dabei, weil die haben auch Funk drin, weil, jetzt kommt's, wir sollten ja auch Waffen und Munition nach Airbill fahren und zwar PKMs. Und die PKMs hatten wir auf dem Rücksitz liegen, weil die, glaube ich, zu groß für den Kofferraum waren, beziehungsweise weil die Munition im Kofferraum war. Und unser anderer Scheiß war im Kofferraum, unsere Klamotten und so. Irgendwie, ich glaube, die PKMs haben nicht in den Kofferraum gescheit reingepasst, also hat man sie hinten reingetan. Außerdem hat sich wohl jemand clever gedacht, ja, im Notfall können wir dann ja auch die PKM benutzen, wenn die hinten drin liegt. Wie er sich das gedacht hat, ist mir ein Rätsel, weil du kannst das Ding nicht einfach von hinten auf den Vordersitz ziehen, du kannst nicht durch die Scheibe schießen, du müsstest aus dem Auto aussteigen und dann von außen die PKM rausholen. Und zumindest im Scout-Car machst du das bestimmt nicht, weil dann bist du nämlich der Erste, der irgendwo drin hängt. Wenn, dann macht es das letzte Fahrzeug. Und ich bin der Meinung, ich hatte auch eine PKM hinten auf dem Rücksitz liegen, weil ich zu einem späteren Zeitpunkt, zu dem wir noch drauf kommen, mir überlegt habe, ob ich dieses Ding rausholen soll. Und, ähm, ja, da müsst ihr aber noch kurz euch gedulden. So, wir hatten also Waffen drin, ja, PKMs. Die PKMs, werdet ihr nicht kennen, das ist im Prinzip ein Maschinengewehr. Und zwar mit dem Kaliber 7,62x54. Also lange, ja. Die gleiche, wie die Dragunov hat. Das sind nicht die normalen 7,62-Patronen, ähm, also schon gar nicht die vom AK-47, die ist nur 39 lang, sondern die sind 54 lang, ja. Da ist ordentlich Bums dahinter. So, dementsprechend, ähm, auch langer Lauf, ja, also mit den Teilen kannst du schon tatsächlich was anrichten. Äh, auch gegen Fahrzeuge und sowas. Äh, auch gegen gepanzerte Fahrzeuge, wenn du die richtigen Munition drin hast. Darauf kommen wir später auch noch zu sprechen. Und, ja, also wie gesagt, die Scout-Car-Geschichte, der Scout-Car war kein Scout-Car mehr. Dann sind wir, haben wir einen Mann nicht dabei gehabt, und zwar meinen Fahrer. Ich weiß nicht mehr warum, uns hat aber ein Mann gefehlt. Dafür haben sie uns, also uns haben insgesamt zwei Mann gefehlt, dafür haben sie uns zwei Locals gegeben. Und es hieß ja, 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 die sind, wir haben noch nie mit denen gearbeitet gehabt. Ich wusste nicht, ob die vertrauenswürdig sind. Ich wusste nicht, ob die gewettet worden sind, also ob die einer durchleuchtet hat, ja. Was denen ihr Hintergrund ist. Es hieß nur, ja, ja, die haben PSD-Training und ja, ja, die sprechen Englisch. Okay. Ähm, es hat sich nachher herausgestellt, dass meiner weder PSD-Training hatte, oder er ist mit Pauken und Trompeten durchgefallen, ja. Ähm, und Englisch, ähm, also wenn der Englisch spricht, spreche ich auch Arabisch. Ja, da war mein, mein Arabisch war besser als sein Englisch. Das soll was heißen. Gut. Dann versuchen wir normalerweise, ähm, unser Calls sein, also unsere, unser Team, die Fahrzeuge so aufzubrechen, dass wir nicht wie ein Konvoi aussehen. Und wir hatten, also normalerweise fährst du im Scout Car. Das Scout Car ist ein ganz normales ziviler Kleinwagen, ja. Irgend so ein Toyota Camry oder irgendeine Möhre halt, ja. In irgendeiner Farbe. Also unser einer, der war irgendwie rot, so rotmetallig, staubig, rotmetallig, ja. Also so ein Standardfahrzeug, was da rumfährt halt. Und dann hast du die zwei Mercedes, die gepanzerten. Und zwischen denen lassen wir normalerweise, wenn wir fahren, immer Zivilfahrzeuge noch rein. Also irakische Zivilisten. Damit du keine zwei Mercedese direkt hintereinander siehst, denn das fällt auf. Wenn du aber Mercedes siehst, irgendwie irakisches Schrottfahrzeug, irakisches Schrottfahrzeug, Mercedes, irakisches Schrottfahrzeug. Und dann die Mercedese auch noch verschiedene Farben haben. Also keine zwei schwarzen Mercedes, die auch noch baugleich sind, ja. Sondern wir gucken immer eigentlich, dass wir nicht nur verschiedene Farben in den Fahrzeugen haben, sondern auch verschiedene Baujahre. Also ein neueres Modell und ein echt altes Modell, ja. Weil dann, da denkt kein Mensch, dass die zwei zusammengehören. Also nur, wenn er sie wirklich anguckt und danach sucht. Sucht aber normal keiner. Und wir hatten jetzt aber zwei alte graue Mercedese. Also gleiches, sag mal grob gesehen das gleiche Modell und auch grob gesehen die gleiche Farbe. Wenn es nicht das gleiche, komplett gleiche Grau war, ja. Aber es war ein Grau, Matt und ein Silbergrau vielleicht, ja. Also auf jeden Fall so, dass du sagst, ist jetzt nicht wirklich verschieden und die Dinger sind auch noch gleich alt. Ja, ist also nicht gut. Und dann als mittleres Fahrzeug hatten wir den Brabus Mercedes, den neuen, ja. Metallic Blau. Die Alufelgen, die verbreiterten Latschen, die er drauf hatte, wo wir ihn gekriegt haben, die haben sie zum Glück runtergebaut, weil die waren, das waren keine Runflats. Die haben Runflats drauf gemacht. Das heißt, die Felgen waren schon mal ein bisschen unauffälliger, die Reifen und alles. Aber die Karre waren immer noch so auffällig, da gab es echt gefühlt, mit Sicherheit gab es da wahrscheinlich nur einmal dieses Fahrzeug im Irak. Und es ist auch relativ schnell bekannt gewesen, dieses Fahrzeug, weil es halt auch noch cool aussieht, ja. Gut. Dann war das nächste Problem ja, dass mein Fahrzeug, mit dem ich fahren durfte, immer ausgegangen ist, wenn wir stark gebremst haben oder wenn wir zu langsam waren und ganz sicher, wenn ich stehen geblieben bin. Und dann ist es auch nicht gleich wieder angesprungen, sondern es hat, sage ich mal, 30 Sekunden gut gedauert immer, wo du so nödeln musstest, ja, bis die Karre wieder angegangen ist. Und da musst du auch diverse Tricks probieren, manchmal mit Pumpen, manchmal ohne Pumpen auf dem Gas und manchmal mit Motor, also nödeln auch wieder aufhören, wieder anfangen, kurze Pause machen. Also du hast halt rumprobiert und irgendwann hat irgendwas geklappt, irgendeine Kombination von irgendwelchen Dingen, die du halt versucht hast. Und das Problem ist eben, du kannst zwar in Bagdad, in der Stadt, versuchen so zu fahren, dass du halt nicht bremst und nur vom Gas runter gehst, aber sehr schwierig, weil die schneiden dich halt. Wenn du zu langsam und zu gemütlich fährst, dann, sobald vor dir eine Lücke ist, fährt einer in die Lücke rein und dann musst du wieder bremsen. So, und selbst wenn du das geregelt kriegst, jetzt für den Fall, dass du in den Contact kommst, dann gibst du ja Vollgas und dann musst du relativ schnell halt auch mal stark bremsen, weil du halt wahrscheinlich irgendwo im Verkehr bist oder sonst irgendwas und sonst irgendwo rauffährst. Und wenn dir dann, wenn du gerade im Contact warst, die Karre absäuft und 30 Sekunden nicht wieder angeht, das geht nicht. Ja, also mit so einem Auto kannst du da nicht rumfahren, das geht einfach nicht. Das ist wie wenn du eine Waffe hast, wo halt jeder sechste Schuss halt mal eine Fehlzündung ist. Das geht auch nicht. Ja, und wir haben dann ja am Tag vor unserer Mission, nachdem ich mich beschwert habe, die Karre nochmal in die Werkstatt gefahren, bei uns. Und wir haben sie zurückgekriegt und es hieß, ja, wir haben es jetzt, es ist jetzt besser. Irgendwie sowas in die Richtung, ja. Und das ist die Ausgangskonstellation. So, bevor wir jetzt losfahren, ich habe zu Popeye gesagt, das ist eine bescheuerte Idee. Absolut. Ich habe gesagt, überleg mal. Die wollen, dass wir diese Karre hochfahren. Die Karre säuft alle furzlang ab, ja. Und das Auto, selbst wenn wir jetzt hochkommen, dann tauschen wir das gegen ein Fahrzeug, das noch schlechter ist. Also rund, spätestens runter haben wir ein Problem. Außerdem, wenn wir jetzt hochfahren und die Karre die Grätsche macht, dann kannst du die A nicht einfach irgendwo stehen lassen, ja. Da müssen Leute ja dabei bleiben. Jetzt fahren wir nicht wirklich durch so super ungefährliches Gebiet. Du kannst da nicht eigentlich, eigentlich auch nicht zwei Locals stehen lassen mit der Karre, ja. Das machst du zwar, wenn es unbedingt sein muss, oder du lässt einen da, ja. Den, der von der religiösen und ethnischen Zugehörigkeit da, also Stammeszugehörigkeit, in dieses Gebiet am besten reinpasst. Wenn du aber in einem blöden Gebiet jetzt hängst, ja. Nehmen wir mal an, du bist dann oben hier neben Bakuba und die Karre säuft dir ab. Und sie geht auch nicht mehr an. Und jetzt hast du halt zwei Skier dabei oder kein Sunni dabei. Und du kannst da oben keinen Skier hinstellen mit dem Auto, ja. Den siehst du nie wieder. Der fehlt. Weil garantiert jemand kommt und ihn fragt, was er da macht. Und die merken, was er für einer ist, ja. Und dann sind da ganz schnell ein paar Telefonanrufe getätigt und dann ist das Auto weg und der Typ ist auch weg. Also, musst du die Jungs eigentlich zumindest potenziell wieder mitnehmen können. Jetzt hast du auch noch in diesen ganzen Fahrzeugen Waffen drin. Ja. Und zwar nicht wenige. Das heißt, du musst bei dem Auto die Waffen dann ausräumen und auf die anderen Fahrzeuge verteilen. Und dann noch die zwei Leute aus dem Auto auch noch in die Fahrzeuge verteilen, wo hinten schon die PKMs drin liegen. Also, das ist einfach, wenn die Karre nur absäuft, ist das schon ein bisschen ein Problem, ja. Platzmäßig. Und wenn du in den Contact kommen solltest und das Ganze noch unter Stress machen sollst, hier Cross-Decking unter Beschuss oder was auch immer, ist es super scheiße. Ja, wenn dein Rücksitz nämlich voll ist und du dann halt auch noch Waffen im anderen Auto zurücklassen musst, im Prinzip, weil die cross-deckst du nicht mehr, weil da ist auch gar kein Platz mehr dafür, ist es einfach scheiße. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, wie wäre es denn mit dieser Idee? Wir haben zwei Sachen, die wir machen müssen. Wir müssen das Auto da hochbringen, ja, und das andere Auto runter. Und wir müssen Waffen da hochbringen. Meine Idee fürs Auto ist folgende. Wir mieten einen lokalen Lastwagen, ja, einen Autotransporter, aber einen geschlossenen und fahren das Auto da rein. Und der soll das Auto hochfahren, oben das andere Auto reinladen und mit dem anderen Auto wieder runterfahren. Jetzt ist natürlich das Problem, was ist denn, wenn das geklaut wird, das Auto? Weil der Typ weiß ja, der Fahrer ist ja ein Local, der weiß ja, wie viel so eine Karre wert ist, wenn er nicht ganz dämlich ist. Der könnte ja einfach irgendwelche Kumpels anrufen und sagen, hey, pass auf, ich habe da ein Auto drin, überfalt mich doch mal. Ja, und klaut dieses Auto. Gut, dann habe ich gesagt, okay, um das zu verhindern, können wir doch einfach einige relevante Teile aus der Karre ausbauen und mit einem Scout-Car hochschicken. Ja, zum Beispiel, wir bauen die vier Reifen ab und das Lenkrad. Und ich bin kein Automechaniker, aber man kann bestimmt noch irgendwelche anderen Bauteile, die nicht so leicht irgendwo wieder ersetzbar sind, da auch ausbauen. Ja, und wenn du halt eine Werkstatt brauchst, um diese Karre wieder fahrfähig zu machen, keiner schleppt eine Werkstatt mit, dann kann auch keiner dieses Auto klauen. Gut, die Idee, die ich zuerst hatte, wäre eigentlich auch gewesen, wir nehmen die Waffen und fahren die eigentlich mit dem Laster mit, ja, oder mit irgendwelchen Locals hoch. Das Problem ist aber, dass es da zu viele Checkpoints gibt. Und wenn du da als Local mit einem Haufen Waffen rumfährst, dann stellen da Leute Fragen. Klar, Insurgents, Militia, was bist du für ein Vogel, ja, wo kommst du her, wo willst du hin? Du hast kein Recht, diese Waffen zu haben. Wupp, dann sind zumindest mal die Waffen weg und die Typen vielleicht auch. Und, ähm, dann müsstest du theoretisch halt dann auch wieder gucken, dass du die Jungs rauskriegst und so weiter, wenn sie noch Zeit haben, dir überhaupt Bescheid zu sagen, ja. Also, das geht so nicht. Wir können mit den Waffen fahren, weil wir haben ja MNFI oder DOD-Karten und wir dürfen diese Waffen haben und wir dürfen da auch überall rumfahren, ja. Weil wir sind die Besatzer, wir haben praktisch den Krieg gewonnen und die irakische Polizei und das irakische Militär hat kein Recht, theoretisch, also Recht haben sie auch praktisch nicht, ähm, uns aufzuhalten. Sie machen es aber, ja, regelmäßig. Immer dann, wenn sie denken, sie haben irgendwo einen Ansatzpunkt gefunden, mit dem sie durchkommen können nachher. Sie wissen, dass sie es nicht dürfen, zum Großteil, haben aber eine Ausrede gefunden. Und, so wie bei uns das eine Mal da bei dem Kontakt, ja, das sind gefälschte Nummernschilder. Obwohl die Nummernschilder, ja, waren zwar gefälscht, aber das hätten die nicht erkennen können. Zumindest nicht so schnell, ähm, wie er behauptet hat, dass das gefälschte Nummernschilder sind, ja. So, und dann können sie nachher sagen, ja, wir haben gesehen, das sind gefälschte Nummernschilder, wir mussten das kontrollieren und die sind dann einfach durchgebrochen und dann wussten wir, die sind böse und dann mussten wir drauf schießen. Ja. Ja, und dann sagen die halt, die Amis dann nachher auch, ja, die Deppen, nicht nochmal, ja, du, 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 weil was sollen sie sonst machen, ja. Die stellen sich halt doof und die Amis müssen es schlucken, weil was können, die können nichts machen groß. Und, ähm, deswegen nutzen da, ja, Stammeskultur und so weiter, da will jeder zeigen, wer den größten Schwanz hat. Und dann legen die das Ding, wenn du da mit deinem Auto ankommst, halt mal auf den Tisch, ne, bumm, ja, und dann trittst du ihnen in die Eier, dick, und dann packen sie wieder ein, ne, bieb, 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 okay. Aber, äh, du hast immer Theater, ja, und deswegen kannst du, du hast ja auch Theater, wenn du mit den Waffen durchfährst unter Umständen, ja, weil sie halt erstmal blöde Fragen stellen und gucken und machen und tun. Und, ähm, wenn das Locals sind, dann gleich doppelt. So, du kannst sie also nicht allein mit Waffen fahren lassen, das ist der ganze Punkt, auf den ich raus will. Du musst also die Waffen anders transportieren. Jetzt gab's dort eine Firma, die hieß AirSurf. AirSurf hat Hubschrauber gehabt und auch Flugzeuge, glaube ich, aber hauptsächlich eben Hubschrauber, weil die überlanden können, auch in der Green Zone, da gab's einen Hubschrauberlandeplatz. Und in den meisten Camps, ja, gibt's, Ami-Camps gibt's ja auch Hubschrauberlandeplätze. Und AirSurf hat Menschen und Waren von A nach B transportiert, ja, und Bagdad, äh, Bill, ist kein Problem für die. Da hab ich gesagt, ja, dann lass doch die Waffen und dann vielleicht auch die Teile, die wir aus dem Auto ausgebaut haben, mit AirSurf hochfahren, hochfliegen. Dann hieß das, ja, das wird 10.000 Dollar kosten. Das machen wir nicht. Ihr fahrt die hoch. Da hab ich gesagt, ja, aber wir können doch nicht mit diesem Schrottbock da hochfahren. Wie gesagt, wenn der die Grätsche macht zwischendrin, dann wird das viel teurer als die 10.000 Dollar, die ihr jetzt da sparen wollt. Nein, im Prinzip Vorschlag abgelehnt, ja. Ich weiß nicht, ob Popeye den überhaupt bis ins Management gebracht hat oder ob er nur gesagt hat, er hätte, ja. Ich denk, er hat's wahrscheinlich mal so halbherzig vorgeschlagen irgendwie und die haben dann gesagt so, nee, wir fahren hoch, das ist viel zu teuer, was für eine schwachsinnige Idee. Aber da hast du schon gemerkt, wohin's mit der Firma geht, ja. Früher so, ja, Team kommt zuerst, der Operator kommt zuerst, ähm, und das Geld als zweites und jetzt ist halt erstes Mal oben, ding, 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 Kohle, Kohle, ja. Ja, bloß kein Geld zu viel ausgeben, da haben wir ja Leute, die wir hochschicken können. Gut. So. Jetzt habt ihr mal den ganzen Hintergrund dieser Geschichte. Naja, fast den ganzen Hintergrund. Ähm. Wir haben, also das war jetzt, glaube ich, der zweite, der zweite Februar 2007. Ist heute, also ist da, wo ich jetzt gerade anfange zu erzählen, ja. Wir hatten zu dem Zeitpunkt als Information über die Route, ja, hatten wir nur, ja, ja, das ist alles safe. Da könnt ihr hochfahren, da bin ich auch schon hochgefahren mit ungepanzertem Auto. Hat Eddie gesagt. Eddie war Ops-Manager, ehemaliger neuseeländischer SAS. Ich habe nachher nicht geglaubt, dass er beim SAS mal war und so blöd sein kann und so ein Assi sein kann, wie er halt nun mal ist. Aber ich habe ihn tatsächlich in einer Reportage über den neuseeländischen SAS gesehen. Hat er sogar eine redende Rolle gehabt, ja. Und, ähm, war auch mit seinem Namen drin gestanden. Also er ist auch, man kennt ihn auch ganz deutlich. Er sah so aus, wie er bei uns aussah, mit dem gleichen Namen. Ähm, er war also beim SAS. Trotzdem ein Assi, überhaupt kein Teamplayer. Größter Wichser, ja. Äh, macht alles für Geld. So. Das war unser Ops-Manager. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was er für ein Riesenwichser ist. Aber, ähm, ja. Im Prinzip hat er gesagt, ja, er wäre da hochgefahren und so weiter und so fort, ja. Später kam irgendwann mal raus, er ist 2003 da hochgefahren. Ja, also kurz nach dem Krieg, in Softskins, also ungepanzert, wo noch alle happy happy waren, da sie befreit waren und da war noch keine große Insurgency und sonst auch nichts. Ja. Da ist er da hochgefahren und alles war easy. Ja, und aufgrund dieser Erfahrung, ja, seiner letzten, in der Gegend, vielleicht war es auch 2004, weiß ich nicht mehr genau, aber, hey, zu einem Zeitpunkt, wo halt nichts los war. Und dann ist das, das ist so die Info, die wir kriegen. Ja. So. Wir haben dann, zwei Tage später, hatten wir dann auf einmal ein, zwei Tage zu spät. Eine ganze Menge mehr Infos. Eine Info kann ich euch jetzt mal kurz, ähm, sagen. Und zwar, ähm, was man machen kann, nennt sich Request for Information, ja. RFI. Da musst du ans Rock, äh, so ein Request stellen, das machst du per E-Mail, sagst du hier RFI, Request for Information, die und die Route zwischen diesem Punkt und diesem Punkt. Und, ähm, das dauert dann allerdings, ich weiß nicht wie lange, aber mindestens, ich glaube, 48 oder 72 Stunden, bis du das Ergebnis hast. Das heißt, du musst so viele Tage vorher deine Mission planen. Und bei der Mission, die wir jetzt hatten, war das nicht zeitkritisch, ja. Das war kein Klient, der halt heute sich überlegt hat, er muss morgen da oben sein. Oder Termin kommt rein, das und das muss schnell gemacht werden. Nein. Es ging um ein Auto austauschen, das sowieso erst noch repariert werden muss, ja. Und ein paar Waffen da hochfahren, ja. Wenn die es bis jetzt ohne, ohne PKMs geschafft haben, dann schaffen sie es auch noch drei Tage länger ohne, ja. Also das ist, das wäre völliger Blödsinn, dass wir nicht auf diese RFI warten können. Haben wir aber nicht. Sondern Teamleader hat gesagt, ja, er ist happy mit dem, mit dem Security Briefing und der Intel, die er hat. Es ist ja alles easy, wir fahren da ja locker hoch, ist ja kein Problem. Hat unser Ops-Manager gesagt, ja. Popeye hat halt keine Ahnung, wie es da läuft, ja. Und ich schon. Zumindest mehr als er. Und da hochzufahren, erstes Mal neben Bakuba, ist mal überhaupt nichts einfach so safe, ja. Und ganz easy. Das ist, wenn du sagst, ja, wir fahren da mal an Fallujah vorbei, aber da bin ich ja vor vier Jahren mal vorbeigefahren. Das war alles im Softskin, war alles kein Problem, da ist es safe, ja. Super. Ja, da hängst du gleich neben den anderen Kameraden von Blackwater an der Brücke. Aber gut. So viel Info hatten wir. Ich bin jetzt an eine RFI noch rangekommen, damals, vom 28. Februar, ja. Das Ding sieht so aus. Das schauen wir uns jetzt mal an. Da geht es auch ungefähr um die Ecke, ja. Also, ASR Chayenne fängt bei Al-Khalis, das ist ungefähr auf Höhe von Bakuba, ist Al-Khalis. Ich zeige es euch gleich mal auf der Karte, ja. Und dieser ASR Chayenne geht von Al-Khalis hoch in den Norden. Aber es ist wirklich ungefähr das gleiche Gebiet. Das heißt, das, was jetzt da los ist auf dieser Straße, ist da auch im kompletten Umfeld so ungefähr los. So. Jetzt schauen wir uns mal an, was da ist. Und wir schauen uns mal eigentlich nur das, was ich gelb markiert habe, an, ja. Erster Satz, IVCPs. Das sind, ähm, ähm, Vehicle Checkpoints und zwar, I heißt, äh, ähm, Improvised, ja. Also, keine festen, keine fest installierten, wo du sagen kannst, der ist immer da, sondern Improvised, was bedeutet, äh, da kommen ein paar Jungs und die schmeißen da mal kurz, bauen da kurz eine Straßensperre oder ein Checkpoint auf und machen so Ad-Hoc Checkpoints, ja. Du weißt also nie, wo die sind. Aber es sind welche, und hier steht, for the purposes of targeted assassinations. Also, ich glaube, das muss ich nicht übersetzen, ja, um gezielt Leute umzubringen. Und die haben, äh, irgendeinen kurdischen Foreign Affairs Minister, ähm, haben sie, äh, den, äh, den Konvoi angegriffen. Das war allerdings weiter im Norden. Und, also, das ist nicht so wichtig, das ist halt nur was, was da auch passiert ist, ja. Das heißt, die haben da schon, ähm, Know-how und auch Waffen, um tatsächlich, ähm, den, den, den Konvoi von dem Minister anzugreifen. Und nachher kommt's auch irgendwie, gab dann von seinen Leibwächtern drei Tote, fünf Verletzte oder irgendwie sowas, ne. Also, die haben auch, die haben auch was getroffen, ne. Es war nicht nur so ein bisschen bap, 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 bap und dann sind die durch gewesen, sondern das war richtig was, wo was passiert ist. Ähm, so, und das ist Incident, Activity steht hier oben, ja, zwischen dem 19. und dem 27. Also, wir waren am 2. jetzt, also das war, sag mal, drei Wochen später ungefähr. Ja, drei Wochen später haben sie dann den kurdischen Außenminister wegballern wollen, in der Ecke, sag ich mal. Also, alles safe da, ja. Eddie war da, Eddie hat da weiß Bescheid und man muss da auch, braucht auch keine sonstigen Infos von irgendwelchen Leuten einziehen, weil, das reicht an Intel. Wenn der Ops-Manager sagt, das ist alles safe, dann läuft das, ne. Würde ich als TL natürlich auch so machen, ne. Weil, deswegen krieg ich ja auch mein Geld bezahlt. So, und dann geht's aber weiter. Or Opportunistic Kidnappings, ja, hier, der schöne Spruch, ding, ja, oder Gelegenheitsentführungen. Das heißt, wenn die jemanden sehen, wo sie sagen, hey, der Typ sieht aus, als ob man da Geld machen könnte mit, dann, äh, holen wir uns doch den mal aus dem Auto, ja. Ist ja auch der Grund, warum wir nie die Autotüren aufmachen. Genau wegen sowas, ja. Weil Kidnappings, also Entführungen, ist im Irak zu der Zeit und danach auch ein Riesengeschäft gewesen. Ja, damit haben sich die Leute über Wasser gehalten teilweise. Und, ähm, ja, also das, das gab's auch unter den Irakis und natürlich, ähm, damals, also zu dem Zeitpunkt, haben wir auch nachher rausgekriegt, war auf Westler ein Kopfgeld von 50.000 Dollar ausgesetzt, ja. Also selbst wenn du die nicht irgendjemandem zurückverkauft hast, es gab eben der, der Al-Qaida oder irgendwelche Ableger, haben halt gesagt, pass auf, wir nehmen die für 50.000, wenn ihr einen erwischt, ja. Ja, gut, dann geht's hier unten weiter. The main concern for Cheyenne will be the likelihood of IVCPs established at short notice and manned by hostile elements. Das heißt, die Hauptgefahr auf Route Cheyenne sind die Wahrscheinlichkeit von diesen, ähm, improvised vehicle checkpoints, die kurzfristig aufgebaut werden und von, ähm, hostile elements, ähm, feindseligen Kräften bemannt werden. The recent number of IVCPs manned by packs dressed in ISF uniforms and in some cases with ISF vehicles warrants particular caution. Das bedeutet, ähm, die, äh, kürzlich aufgetretene Anzahl an, an, ähm, eben, improvised checkpoints, die mit Leuten bemannt waren, die in ISF, also Iraqi Security Forces, also entweder Polizei oder Militär, Uniform anhatten, ähm, und in manchen Fällen sogar entsprechende Fahrzeuge hatten, ähm, Borens particular caution heißt, ähm, heißt, dass man besonders aufpassen muss, ja. Das heißt, das sind nicht nur irgendwelche Checkpoints, wo irgendwelche Militärleute rumstehen, sondern es sind Checkpoints, die unter Umständen mit irakischem Militär Uniform und Fahrzeugen bemannt sind oder irakischer Polizei Uniform und Fahrzeugen bemannt sind, die aber zum Ziel haben, entweder bestimmte Ziele gezielt zu ermorden und dann, das ist eigentlich hauptsächlich diese sectarian violence, also hauptsächlich Shia gegen Sunni, ja, auf religiöser Basis, also auf Religionszugehörigkeitsbasis, oder eben Leute zu entführen, ja. So, letzter Satz dazu, hier, ähm, Low-Profile Vehicle Movements may be more proportionally at risk and local nationals traveling with such moves should be aware that IVCP are likely to be manned by sectarian militia. Bedeutet übersetzt folgendes, äh, Low-Profile Vehicle Movements, also das, was wir machen, ja, Low-Profile, ähm, sind proportional einem höheren Risiko ausgesetzt als High-Profile. Warum? Weil High-Profile immer so ausgelegt ist, dass du wirken kannst, ja, da kannst du das Feuer eröffnen. Bei Low-Profile eben nicht. Das kannst du erst machen, wenn du die Tür aufmachst und da ist deine, deine Chance, wenn die das geplant haben, dich da rauszuziehen, dass du irgendwas machst, bevor die dich wegknallen oder aus dem Auto rausziehen, wenn du die Tür aufmachst, minimal, ja. Also da bist du halt echt ein Opfer in der, im Panzerschrank und die müssen sich nur überlegen, wie kriege ich diesen Panzerschrank auf. Bei High-Profile, wenn die blöd rumzicken, dann kriegen sie halt mit dem Maschinengewehr einen Burst vor die Nase oder in den Kopf, ja, und dann ist da ganz schnell der Durchgang frei. Ja, und das wissen die auch. Und deswegen, High-Profile-PSD-Teams sind eher angesprengt worden, weil die einfach leicht zu erkennen sind. Low-Profile-PSDs hatten eben das Problem an diesen Checkpoints. So, Local Nationals, also Locals, also unsere Irakis, ja, die in solchen Konvois mitfahren, müssen, denen muss klar sein, dass diese Checkpoints wahrscheinlich mit religionsspezifischen Milizen besetzt sind, ja. Also einfach mit Killer-Kommandos von den Sunni oder von den Shia, die jeweils die gegenüberliegenden Zivilisten, ja, rausziehen und erschießen, ja, oder halt verschleppen und dann irgendwie foltern, Informationen rauspressen und die werden dann auch nie wieder gesehen, ja. Das sind diese Typen, wo ich erzählt habe, die du dann halt im Tigris findest, angeschwemmt irgendwo jeden Morgen, gefesselt und hier die Kniescheiben mit einem Bohrer durch, ja, mit einem Elektrobohrer durch. Wegen Umwelt und so, Elektro. Klar. So, dann, ähm, auf diesen Dingern gab es dann immer eben Karten und da waren alle Anschläge eingezeichnet, die es in dem letzten, in dem Zeitraum, um den es geht, also hier jetzt zum Beispiel eben 19. bis 27.2.07, vorgefallen sind. Und hier, unabhängig davon, wo das jetzt ist, einfach nur mal anschauen. Hier der Text, ja. Due to sectarian tensions both in town and throughout the wider area, numerous VCPs should be expected. Also, sectarian tensions, ja. In town and throughout the wider area. Also, The Rock sagt ganz klar, du hast dort, ähm, religiöse, bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen im gesamten wider area, im gesamten Großraum um diese Stadt. Ja, und ich glaube, da geht es eben um Al-Khalis. Ähm, so, jetzt habe ich natürlich euch das wieder hier vorenthalten. Hier ist das Bild. Links ist der Text. Könnt ihr nochmal lesen. So sieht dieses Bild aus. Wie gesagt, welche Stadt es jetzt da auf dem Bild ist, ist egal. Ich glaube fast, dass das Al-Khalis ist, aufgrund von dieser komischen Kurve hier. Ihr könnt ja nachher mal gucken, diese Straße hier, die nach Norden geht, und diese hier, die so leicht westlich durch die Stadt auch geht, ob das Al-Khalis ist, wenn wir es uns nachher gleich auf der Karte anschauen. So, dann, was gibt es dann noch? Bumm, bumm. Hier ist das Ding mit dem kurdischen, ähm, Außenminister. Also hier, ähm, drei Bodyguards killed in action, fünf Bodyguards wounded in action. Das war hier. Und hier ist auch nochmal, also hier sind zwei von diesen Checkpoints gewesen. Und F, können wir mal gucken, was F bedeutet. Tück, 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 tück. Keine Ahnung, F ist nicht drin. Wahrscheinlich, ah, IED, F. Ach, found. Also IDs, die aufgeklärt worden sind und entschärft worden sind, ja. Und die, wo kein F drin ist, das sind die, die explodiert sind alle. Ja, so sieht es aus. Hier ist einer gekidnappt worden, bei Armed Men in IP-Uniform. Also in Iraqi-Polizei-Uniform. Die haben einen Typen irgendwie gekidnappt an einem Improvised Vehicle Checkpoint in der Gegend hier, ein bisschen südlich von Kirkuk. Das ist jetzt tatsächlich ein ganzes Stück weg von da, wo wir, wo wir nachher waren. Aber ich glaube, wir sind trotzdem hier lang gefahren. Ja, also wir sind durch TUS auf jeden Fall durch. Ich glaube auch, an Kirkuk vorbei. Werde ich jetzt gleich nochmal kurz auf die Karte schauen. Ich zeige es euch nochmal hier auf der Karte. Also, TUS ist hier unten. Nein, TUS ist glaube ich das hier. Ah, TUS-Chromato, genau. Das ist hier. Und hier seht ihr Kirkuk. Und hier irgendwo war dieser Checkpoint, wo sie den Typen gekidnappt haben. Hier unten kurz vor TUS war irgendwo das mit dem Irak, mit dem kurdischen Außenminister. Und das hier ist Al-Khalis. Ja, dann gehen wir, wenn wir jetzt gerade schon mal dabei sind, gehen wir nach Al-Khalis nochmal rein. Ja, hier ist so ein bisschen so eine Linksroute. Und eigentlich hätte jetzt hier noch irgendwie was gerade sein müssen. Vielleicht war es das Ding oder das da. Ja, vielleicht war das das hier, der gerade Weg und das hier, die Linksroute außenrum. Das kann also durchaus sein, dass diese andere Karte eben das hier war. Tink, tink. Nochmal hier schauen. Tink, tink. Wo war er? Ja, das war er. Auf jeden Fall. Ja, das ist diese gerade Straße, die macht so einen kleinen Linksschlenker hier. Ja, gerade Straße mit einem kleinen Linksschlenker hier. Genau. So. Dann siehst du schon, hier unten bei der geraden Straße zwei IEDs hochgegangen und was ist das für ein Stern hier? Stern Small Arms Fire heißt das. Was ist hier? Ah, das ist das hier, ja. Bum, bum, bum. Da sieht man sonst nichts. Okay. Ja, also auf jeden Fall da unten hier, da geht schon einiges. Gut. Und wir kommen hier hochgefahren. Diese Straße. Dazu zur Vorgeschichte. Wir fahren also aus Bagdad raus morgens, ja. Alles schick. Ich gehe davon aus, das Auto, das ja jetzt repariert ist, funktioniert jetzt ganz toll. Tut es natürlich nicht. Ja, es säuft immer noch ab. In Bagdad kann man also einigermaßen ja so fahren, dass er nicht absäuft, weil in Bagdad direkt gibt es nicht so viele Checkpoints. Zumindest nicht da, wo wir dann langfahren immer. Und wenn du aber aus Bagdad draußen bist, außerhalb, auf der großen Straße, da gab es dann mal den einen oder anderen. Und da wir ja im Konvoi, wenn wir fahren, fahren wir so. wenn wir an einen Coalition Checkpoint kommen, dann schauen wir, dass wir davor schaffen, alle Autos eng zusammenzukriegen, also hintereinander zumindest, dass das erste Fahrzeug dann sagen kann am Checkpoint, hier, pass auf, meine ID und so weiter, wir sind insgesamt zwei Fahrzeuge oder drei Fahrzeuge oder wie viel auch immer, ja. So die nächsten zwei gehören zu uns. Dann checken die das kurz, das und das, alles klar, ist das letzte Fahrzeug das und das, dann sagst du, ja, passt, okay, fahrt durch. Und dann winken die die nächsten so und so viele Fahrzeuge, wie du halt angemeldet hast, ja, winken die mit durch. Da sparst du Zeit und musst halt nicht am Checkpoint praktisch exposed, also stehen bleiben und hoffen, dass jetzt gerade nichts passiert. Das machst du bei irakischen Checkpoints natürlich nicht, weil der ganze Sinn davon, dass wir den Konvoi auseinanderziehen, ist ja, dass wir nicht aussehen, als ob wir zusammen gehören. Wenn wir jetzt vor dem Checkpoint immer wieder zusammenziehen, ja, dann weiß ja jeder Depp, der da nur guckt, das müssen nicht mal, die soll, die Politiker, wer auch immer am Checkpoint ist, weiß es ja sowieso, weil wir unsere DoD-Cards oder MNFIs hochheben, ja, dann wissen die, ah, Westler, boom, aha, Local, Local, ah, Westler, die gehören bestimmt zusammen, Telefon, wenn er denn irgendwelche Informationen in der Art weitergeben will, ja, dann kann er das, aber, es sind ja nicht alle da, äh, die bösen Jungs, ja, nur weil sie Polizeiuniformen anhaben, aber es kann ja auch jemand einfach nur den Checkpoint beobachten. und dann sieht der halt, wenn du, wenn, wenn halt hier, also Scout Cars, ist sowieso ein Local, 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 Mercedes, der alt und abgefuckt aussieht, Local, Local, Mercedes, der alt und abgefuckt aussieht, Local, Local, ja, normal haben wir nur zwei Mercedes, dann vielleicht noch ein SUV mit Locals drin, vorne, also, sieht nicht nach einem Konvoi aus, vor allem, weil unsere zwei Mercedes, haben wir uns normalerweise immer versucht, so auszuwählen, dass es zwei verschiedene Farben sind, und zwei verschiedene alte Modelle, also einer eher neuer, einer eher älter, dass du halt, wenn du hinguckst, auch nicht sagst, oh, zwei neue Mercedes, oh, zwei alte Mercedes, oh, zwei schwarze Mercedes, oh, noch schlimmer, zwei schwarze neue Mercedes, ja, ihr seht schon, es wird immer auffälliger, so, jetzt sind wir ja aber heute, mit drei Mercedes gefahren, ganz toll, ja, und davon zwei Stück in Grau und Alt, super, passt, und einer in der Mitte, der blau Metallic ist, und nagelneu, und ein Modell, das sonst noch nie einer gesehen hat dort, sozusagen, was kann da schon schief gehen, ja, das heißt, das letzte, was du jetzt machen willst, ist dann auch noch im Pulk da, dich zusammenziehen, ja, dann kannst du gleich mit einem großen Schild rumlaufen, und sagen, hier, 100 Meter Abstand nach hinten, wir sind ein Konvoi, so, nachdem jetzt aber Locust zwischendrin sind, und die dann am Checkpoint auch mal gestoppt werden, und dann da mal eine Minute schnacken, oder einfach mal der Typ dann irgendwas checken will, hier mal Kofferraum aufmachen, und sonst irgendwas, ja, weil, die sind ja am Checkpoint, die müssen zeigen, wer der Chef ist, die können da nicht einfach jeden durchwinken, ja, die müssen auch ab und zu mal, was tun für ihr Geld, ja, machen sie auch gerne, Leute ein bisschen schikanieren, der ein oder andere zumindest, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du an so einem Checkpoint halt auch mal stehen bleiben musst, weil es vor dir nicht weiter geht, ist praktisch 100%. Und wenn dir dann die Karre abseuft jedes Mal, und du eine halbe Minute brauchst, um sie da anzulassen, ist das alles andere als unauffällig. Vor allem werden dann die Typen am Checkpoint auch schon mal nervös, wenn du 20 Meter weg stehst, und der Motor aus ist, und er winkt dich her, und du fährst nicht, dann eskaliert der ganz schnell hoch, ja, da wird der nervös und sagt, was ist da los, ja, dann die Karre springe ich an, dann läuft einer hin und guckt, ja, da hat er aber die Waffe auch schon so, irgendwie, und dann die dahinter, die sagen natürlich, ja, der steht da, die sind ungeduldig, ne, die fahren dann irgendwie an dir vorbei, links und rechts, weil die wollen ja weiter, haben sie alle furchtbar eilig, müssen ins Büro. So, und schon hast du da die beste Stimmung an dem Checkpoint, ja, und der Typ, der steht da neben dir und sagt, hier, komm, fahr, 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 und dann du, und der Bock geht nicht an, ja, und dann, irgendwann geht er an, und dann fährst du los, ja, und dann sagt der vorne nochmal, so, jetzt anhalten, jetzt hier ID und so, was ist denn das hier mit dem, mit dem nicht weiterfahren, und dann säuft dir die Karre wieder ab, und dann das gleiche Theater wieder vorne, ja, nur jetzt kommt keiner mehr an dir vorbei, und die hinten, die sagen, ja, und dann der vorne sagt, fahr endlich, weil ihm das Gehupe auf den Sack geht, also einfach nicht so, dass, was eigentlich das Ziel ist, dass du unauffällig bist, ja, und dass sich keiner mehr an dich erinnern kann, Gray Man, sondern halt, ja, hier kommen die Clowns, so, der Zirkus ist in der Stadt, und alle wissen Bescheid, so lief's, so, hab ich schon gesagt, die Karre ist nicht besser geworden, mit dem Fahren, ja, sondern schlechter, also ich weiß nicht, was sie hatte, ich bin ja kein Mechaniker, hab ich schon mal gesagt, aber entweder, mir kam's so vor, als ob sie zu wenig Benzin bekommt, oder zu viel Benzin bekommt, oder keine Luft bekommt, ja, weil irgendwie, du hast halt rumnödeln müssen, und es ist halt nicht dann direkt wieder angesprungen, sondern irgendwas hat sich wieder irgendwie regulieren müssen, und auf einmal ging's wieder, naja, naja, jedenfalls ist es immer weniger gegangen, und immer schneller ist die Karre ausgegangen, in immer kürzeren Abständen, bei immer weniger Bremsen, und hier kurz vor Al-Khalis, also eigentlich in Al-Khalis, an diesem Roundabout, hier kurz davor, hab ich dann gesagt, nach Bakuba geht's übrigens hier rechts weg, fünf Kilometer ungefähr, bis den Bakuba, hab ich gesagt, pass auf, wir können so nie im Leben, wir kommen nie im Leben in Abil an, wir müssen umdrehen, wenn wir Glück haben, und jetzt umdrehen, kommt die Karre noch bis nach Bagdad, ich übernehme, ich garantiere dir, die fährt nicht mehr lange, die geht die ganze Zeit aus, ist einfach nur scheiße, und Popeye hat's dann irgendwann auch gerafft, hat dann gesagt, okay, ja, aber halt so, als ob ich das absichermachen würde irgendwie, keine Ahnung, war halt angepisst, wir drehen jetzt da im Roundabout rum, und fahren zurück, hm, ich so, alles klar, so, wir gehen mal in diesen Roundabout, rein, Roundabout hier, der da, war natürlich kein Campingplatz da, ja, klar, weiß nicht, wer das geschrieben hat, hier war kein Campingplatz, sondern hier in der Mitte, das war frei, also da war kein Gebäude oder irgendwas, da hättest du theoretisch auch hier so umdrehen können, über den Dreck, aber hier waren T-Walls, ja, also, wir erinnern uns, diese hohen Betonwände, es waren erst niedrige Betonwände, hier rechts waren niedrige Betonwände, auf der rechten Seite, auf der linken Seite waren teils niedrige, niedrige und dann teils hohe, ähm, die hohen waren, glaube ich, dafür da, dass wenn hier eine Autobombe hochgehen sollte, dass auf der anderen Fahrspur nichts ankommt, oder auch, vielleicht sind ihnen die kleinen ausgegangen, sie haben große hingestellt, was weiß ich, ja, auf jeden Fall gab es die große und kleine, und das war so als Spur gemacht, dass du ab einem bestimmten Punkt, wenn du reingefahren bist, halt so einen Trichter hattest und aus dem Trichter, ähm, wärst du halt nach links oder rechts nicht rausgekommen, sondern du musstest gerade ausfahren und vorne war der Checkpoint, das ist einfach dazu da halt, dass wenn du nicht weißt, dass da ein Checkpoint ist, und du hinfährst, und du zwischen diesen, also im Tunnel drin bist, im Tunnel sag ich jetzt, im Trichter drin bist, und du merkst, scheiße Checkpoint, wir kennen es ja alle, ja, von der Polizeikontrolle, du hast irgendwie, Führerschein nicht dabei, hast was getrunken, du siehst vorne, scheiße Polizeikontrolle, die ziehen Fahrzeuge raus, schnell 180er, und ich fahr doch woanders lang, weil genau da stehen sie dann nämlich, und ziehen alle raus, die gewendet haben, und von der Polizeikontrolle weg wollten, so, aber damit dieses Wenden und Wegfahren einfach nicht passiert, bauen sie halt T-Walls hin, und schon kommst du nicht mehr rüber, gut, dann hatten wir hier außerdem noch, ungefähr hier neben diesem Campingplatz, da wo dieser grüne Punkt ist, da war ein Turm, und zwar so ein, ähm, ja, wie sag ich das mal, Bauelementeturm, ja, die gab es da überall, habt ihr glaube ich auch in dem Gefängniscamp gesehen, bei den Bildern, äh, halt einfach wie ein Bunker auf einem, auf einem langen Rohr oben drauf, ja, und da oben waren PKM Positionen drin, hat man schön gesehen, ähm, hat praktisch den Kreisverkehr überwacht, ja, und da sind wir eben hier reingefahren, rrrr, einmal außenrum, und rrrr, hier wieder zurück, ja, und ab zurück nach Bagdad, wir sind da durchgefahren, und da war kein Checkpoint, ja, also kein richtiger, da waren ein paar Typen rumgestanden, und die hatten aber, ähm, auch keine Uniform an, also da war nichts, was so geschrien hat, Checkpoint, ja, aber es war so ein bisschen, hm, komische Ecke, ja, die haben auch alle komisch geguckt, ist ja auch klar, bei dem Auto, ja, haben wir uns gedacht, ja, das Auto, ja, da gucken wir halt mal, ja, außerdem, wir waren halt drei Mercedes, und wir waren relativ eng zusammen, zu dem Zeitpunkt, ja, waren wir halt, ähm, und dann halt, ja, diesen Kreisverkehr durch, und zurück nach Bagdad. So, in Bagdad angekommen, wir haben es tatsächlich zurückgeschafft, ja, ich war auch ein bisschen entspannter, beim Zurückfahren, weil, wenn die Karre jetzt die Grätsche macht, ist es mir egal, dann laden wir halt alles in die anderen Autos, dann habe ich halt die PKMs auf dem Schoß, wir kommen mit den zwei Autos, das waren ja gute Autos, die anderen zwei, kommen wir nach Bagdad zurück, vor allem, wir sind ja da gerade durchgefahren, da ist ja nichts, ja, da ist keine, keine Straßensperren groß, kein, kein Konvoi, kein, ja, also das ist halt relativ safe gewesen, einfach. Und, ja, wir kommen zurück nach Bagdad. In Bagdad angekommen, musste jetzt, ähm, Popeye natürlich dem Management erklären, warum wir wieder da sind. Und das hat er auch, und, ähm, die waren natürlich nicht erfreut, ja, fanden aber meinen Vorschlag weiterhin nicht gut, ich habe es nochmal gesagt, mit dem Auto, und dem Lastwagen, und dem Hubschrauber. Weil ich gesagt habe, mir kann mit der Karre auf keinen Fall da hochfahren, und schon gar nicht können wir mit einer schlechteren Karre, also ich, ich muss das immer über Popeye machen, ja, ich gehe nicht direkt zum Management hin und rede mit Eddie. Das war halt, ich hätte es vielleicht machen können, ja, aber ich wollte jetzt den Teamleader nicht überspringen, das macht man halt nicht, ja, sondern, man sagt, ich habe ihm halt gesagt, pass auf, so und so und so und so, ja, wenn er sagt, nee, ich will nicht, dann will er halt nicht, ja, was soll ich da machen? Aber er hat wohl mit Eddie nochmal geredet, Eddie hat halt immer noch gesagt, nö, Arschlecken, ihr fahrt morgen nochmal, ihr kriegt ein anderes Auto. Auf einmal hatten wir dann ein anderes Auto und das andere Auto war auch besser, das fuhr tatsächlich, das haben sie nämlich einem anderen Team weggenommen. Also irgendwoher haben sie dann noch eins gekriegt auf einmal, ja, was davor halt überhaupt nicht gegangen wäre, war kein Auto zu haben, nur dieser Schrottbock. Und da wusstest du auch schon wieder so, okay, alles klar, ja, ähm, so und jetzt, lasst mich nochmal lügen, es kann sein, dass wir jetzt erst diese zwei grauen hatten und davor tatsächlich zwei verschiedenfarbige. Jetzt haben wir auf jeden Fall zwei graue und wir sollen ja am nächsten Tag nochmal hochfahren, also die gleiche Strecke nochmal. Ja, gut, denkst du dir, ja, im Prinzip ist ja nichts passiert auf der Strecke, ist ja also safe. Können wir ja morgen locker nochmal fahren. Mit dem einen Unterschied, dass natürlich heute alle deine Fahrzeuge gesehen haben und wenn du morgen nochmal kommst, dann wissen sie ja schon mal, ja, also, wer du bist und wo du wahrscheinlich hinfährst, also die Richtung, die grobe und so. Auf jeden Fall ist das natürlich auch ein Faktor, ja, wenn du mit den gleichen Autos, na gut, wir hatten jetzt andere Autos, aber im Prinzip das gleiche Callsein, die gleiche Strecke zwei Tage nacheinander fährst. Noch dazu mit halt so einem auffälligen Auto. Würde ich jetzt sagen, normalerweise passiert da nichts. Ja, aber es gab einige Umstände und das weißt du halt vorher nie, die das Ganze ein bisschen verkompliziert haben. Die eine Sache hebe ich mir auf für später. Die passt später besser. Aber ich habe gerade nochmal nachgelesen und es sind zwei Sachen, die ich jetzt auf jeden Fall noch dazu sage. Eine Sache hatte ich vergessen und zwar unsere Intel war, dass die Route schwarz ist. Ja, also die Route nach Al-Khalis ist schwarz. Wir wussten nicht warum, weil es auf den letzten paar Tagen auf dem Rock Report keine Inzidenz auf dieser Route gab. Also, Bagdad, Bagdad, Kalis, Kökuk, Erbil. Ihr habt ja aber die zweieinhalb Wochen später gesehen. Das heißt, die Gegend war keineswegs ruhig. Ich habe auch gerade nochmal nachgelesen, die RFI dauert vier Tage. Das heißt, du musst vier Tage vorher planen, wo du hinfahren willst, wenn du diese Request for Intelligence vom Rock haben willst. auf der die Sachen draufgestanden wären, die wir gebraucht hätten. Habt ihr ja gesehen nachher. Die Route war also schwarz. Schwarze Route bedeutet, es gibt kein Aircover und es gibt auch keine, normalerweise keine regulären amerikanischen Patrouillen. Also, wenn du da in die Scheiße gerätst, dann kannst du diesen Alarmknopf drücken, solange du willst, da kommt normal keiner, weil da niemand ist. Also, wenn jemand kommt, dann dauert das. Weil schwarze Route einfach heißt No Support. Deswegen fahren viele Teams, also mit deinem Core sind wir keine, wenn eine Route schwarz war, hieß es, wir fahren da nicht. Vom Management aus. Da haben die gesagt, das ist zu gefährlich, da muss der Klient halt wann anders fahren. Weil die Routen werden auch wieder aufgemacht. Weil die Amis, die lassen ja die Route nicht ewig schwarz, sondern die sorgen dann dafür mit irgendwelchen Operationen, dass da halt die Insurgent Activity eingedämmt wird oder dass halt mal IOD hochfährt und die ganzen IEDs cleart und so weiter. Dass die Route halt dann nicht mehr auf schwarz geschaltet ist, sondern dass die Amis sagen, okay, wir machen jetzt da wieder Support. Und so lang fährt dein Core halt nicht. Aber dein Core ist halt auch direkt auf einem Department of State Contract gewesen mit den Sachen, die sie gemacht haben. Und da hat das Department of State, glaube ich sogar, gesagt, ihr dürft keine schwarzen Routen fahren. Also wenn das Militär sagt, die Route ist schwarz, dann heißt das für euch auch, die Route ist schwarz. Da fahrt ihr nicht. Und selber scheißt da natürlich drauf, sind Briten und die machen ja eh nur zivile praktisch Contracts. Von daher konnten die das auch. Aber im Prinzip, wir wussten, okay, wir wussten nicht warum, aber wir wussten, die Route ist schwarz. Okay, ja. Eddie hat gesagt, es ist alles safe, er ist da hochgefahren, alles gut. Dass das vor vier Jahren war, hat er vergessen zu erwähnen. Hat mir nachher irgendjemand anders gesagt. Gut, das andere, was ich euch aber erzählen wollte, war, und das haben wir erst erfahren, nachdem wir umgedreht sind, ja. Also wir sind wieder in Bagdad und jetzt kommt mein Teamleader und erzählt uns, dass, dass ein paar, also vor ein paar Wochen an diesem Roundabout in Kallis, wo wir gerade durchgefahren sind und umgedreht sind, dass es da ein südafrikanisches PSD-Team erwischt hat, die sind da angehalten worden und sie haben die Türen aufgemacht und dann haben sie die rausgezogen und die sind seither verschwunden. Die hat auch keiner mehr, die hat auch keiner mehr gefunden, auch später nicht mehr. Also, ich habe später nochmal nachgefragt, ob die jetzt mittlerweile wieder aufgetaucht sind. Nee. Also nicht, dass das die Leute, die ich gefragt habe, gewusst hätten halt, ja. Sondern es hieß, nee, die sind weg. Ja, die haben sie da hochgenommen und sind verschwunden. So, das sagt mir mein Teamleader, nachdem wir gerade da durchgefahren sind. Wann teilt man solche Informationen normalerweise? Ja. Richtig. Vorher. Warum hat er das nicht gemacht? Ja. Weil er wahrscheinlich genau gewusst hat, dass es völlig schwachsinnig ist, da durchzufahren. In dem Team, wie wir sind. und dass er höchstwahrscheinlich halt von uns gesagt gekriegt hätte, pass auf, läuft nicht. Kannst du alleine fahren, die Scheiße. Ja. Oder er hat einfach nur gedacht, er ist der Chef, er muss es niemandem sagen. Ja, das geht, das geht hier die Bauern, äh, nix an. Das Bauernvolk soll nur sagen, was der König macht. Äh, soll machen, was der König sagt. So rum wird ein Schuh draus. Ja. Auf jeden Fall habe ich danach natürlich eine erheblich, äh, andere Meinung von ihm gehabt. Wollte schon sagen, eine erheblich bessere Meinung, ja, aber, hm. Also für mich war der, der, hey, der Typ ging gar nicht, ja. Also, ein netter Typ und alles, so, ich kam mit ihm eigentlich so gut aus, ja, ich komme mit englischen Soldaten immer gut aus, irgendwie komischerweise. Aber er konnte einfach nix. Das, das geht nicht. Du kannst nicht solche Informationen, dass da ein Team vor ein paar Wochen erst, also eine Entführung hatte, also das Team entführt worden ist, weil sie die Türen aufgemacht haben, an einem Improvised Vehicle Checkpoint. Auch noch an dem Dings, wo wir gerade durchgefahren sind, ja, und jetzt, der Plan ist jetzt, wir fahren am nächsten Tag wieder da durch, nachdem er mir das gesagt hat. Ja, also ich kann euch nur eins sagen, ja, wenn wir euch mal im Kopf rote Lichter angehen, dann hört drauf. Weil bei mir gingen alle Lichter an. Ich habe auch gesagt, das ist der größte Schwachsinn, das ist noch bescheuerter, als die Sachen, die mir davor passiert sind. Ja, die Contacts. Die waren auch schon bescheuert, ja, eine Route rein, eine wieder raus, aber dann, bei einem Checkpoint vorbeifahren, wo sie vor ein paar Wochen die Jungs rausgezogen haben, in so auffälligen Fahrzeugen, wie sie sind, also auch Low Profile jetzt und alles, ja. Naja, und dann halt mit den falschen Leuten, ja gut, das Fahrzeug war jetzt wieder okay, ja, aber im Prinzip, ihr habt ja die ganze Vorgeschichte gehört, ja. Du weißt genau, irgendwie, irgendwas stimmt nicht, ja, und das sind ja jetzt, das sind ja alles, da kommen noch ganz andere Sachen jetzt, ja, die wir alle später erfahren haben. Und, ich erzähle die auch erst später, danach dann, nachdem ihr wisst, was passiert ist. Weil wenn ich jetzt im Vorfeld alles erzähle, dann könnt ihr euch ja schon denken, was passiert. Ich meine, ihr könnt es euch ja im Prinzip auch schon ein bisschen denken, aber es soll ja ein bisschen spannend bleiben. Gut, im Prinzip läuft es so, wir fahren am nächsten Tag nochmal. Es wird nichts geändert im Plan, ja, wir fahren die gleiche stumpfe Strecke nochmal, nur jetzt wissen wir, Alcalis Roundabout ist scheiße, ja. Und die haben ja schon komisch geguckt. Und dann ist dir nämlich klar geworden, oh, und geguckt haben die da auch komisch, die da gestanden sind, ja. Ja, super. Und da sollen wir jetzt morgen nochmal durchfahren. Und zwar wieder mit diesem blau-metalligen Brabus, ja. Und du hast ja davor schon Checkpoints gehabt. Ja, da braucht nur einer anrufen. Und da ruft hundertprozentig einer an. Oder irgendein Bauer, an dem du vorbeifährst. Irgendwer, irgendein, einer, der Lookout macht, ja, für irgendein Insurgent Team oder was. Und diese Straßen werden beobachtet. Die Leute haben ja sonst nichts zu tun auch, ja. Da weiß jeder, dass du kommst. Selbst wenn du, also, dass das Fahrzeug kommt, dass die anderen zwei gesplittet sind, okay. Aber, die haben ja am Tag davor gesehen, dass dann drei, dass dieser Blaue nicht alleine fährt, ja. Also ich sag noch ein Ding dazu, die haben, wir haben nachher rausgekriegt, das haben uns Irakis gesagt, dass sie für das Fahrzeug sogar schon einen Namen hatten. Das hieß Ghost. Ja. Wahrscheinlich, weil es so leise gefahren ist oder so und so blau war und so. Ja. Also die hatten schon einen Spitznamen für das Fahrzeug, als wir ankamen. Und wir sind ja erst das zweite Mal hochgefahren, ne. Also einmal hat gelangt, dann war das Auto, bumm, bei jedem auf dem Schirm und damit natürlich auch alle Autos, die damit mitfahren. Ja klar. Wenn der Ghost gestern mit noch zwei anderen Fahrzeugen gefahren ist, zwei anderen Mercedesen, dann kommt er heute wahrscheinlich auch mit zwei anderen. Wenn er denn noch, oder das nächste Mal, wenn er kommt. Und wenn er am Tag danach nochmal kommt, ja, ja, dann brauchst du nicht mal ein großes Gedächtnis haben, ja, weil es ist ja gestern erst gewesen. So. Jetzt können die natürlich nicht wissen, wer wir sind. unbedingt. Ja, das war unter Umständen auch ein Problem. Warum, erzähle ich aber beim nächsten Mal. Haha. Weil für heute ist schon wieder Schluss. Ja, aber heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Paulchen Panther. Seid ihr vielleicht zu alt dafür, zu jung dafür? Kennt ihr nicht Paulchen Panther? Ja, Bildungslücke. Aber so ist es, ja. Heute ist nicht alle Tage, ist es wieder schon so spät. Heißt es. Ja, und es ist schon wieder so spät. Stunde habt ihr auf jeden Fall. Also beschwert euch nicht. Und, ähm, ja, nächstes Mal knallt es aber hundertprozentig, ja. Jetzt habt ihr wirklich komplett alle Vorgeschichte. Wir waren schon das erste Mal im Alcalis Roundabout. Wer sich das Ding bei Google Maps anschauen will, ihr wisst jetzt, wo es findet. und, ähm, ja. Da geht's dann morgen weiter. Ich hoffe, wir sehen uns in ein paar Tagen oder halt zu Maik am Morgen, ja. Ein paar Lebensweisheiten für den Weg des Kriegers mitnehmen. Wenn ich weiß, wovon ich rede, schaut mal in meine Playlists rein. Maik am Morgen. Könnt den Kanal gern weiterempfehlen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Die, die es gemacht haben, empfehlt ihr noch ein paar mehr Leuten weiter. Es wirkt, ja. Und ich freue mich immer. Okay. Damit lasse ich euch gehen. Macht's gut. Schönes Restwochenende. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.